Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu LittleBigPlanet3 mit Foka. Hallo, hey, Foka. Weißt du, dass wir ganz gut zusammenpassen? Du bist der Burger und ich bin der Salat. Oh, hast du extra so ausgewählt, sodass wir uns super irgendwie so hier ergänzen? Genau, dass wir uns super hier... Ergänz one, man, ergänz one. Huf, wo bin ich denn jetzt? Ja, weiß ich doch nicht. Was mache ich denn hier drüben? Ne, Moment, ist hier oben das Geschäft? Ja, ich glaube, da ist das Geschäft. Okay, okay. Dann kannst du mal kurz auf mich warten, bitte. Ah ja, natürlich, warte. Ja, wo geht's jetzt? Ah, hier, okay. Dankeschön, danke, voll lieb von dir. Kein Problem. So, hallo, ich möchte... Kannst du jetzt... Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewinnen, muss ich sagen. Das ist lange her, aber... Ich habe die ganze Zeit versucht, mit R2 zu greifen, dabei geht's... Hey, hier ist doch ein Level. Naja, ich weiß. Ich habe mal einen Weltraumforscher gespielt. Die Rolle meines Lebens. Kann ich dir dann rauchhauen? Nein, ich glaube nicht, aber... Oh, ja, jetzt komme ich da hin. Ja, geh einfach rein. So, ich muss auf der Porten. Warte, ich komme... Was schaffst du? Komm, komm, hier runter, hier runter. Und dann nach rechts, nur nach rechts. Ich kann das. Das geht schon, das geht schon. Ich kann das, Burger-Mädchen kann das. Ich weiß, ich bin toll. So, und jetzt... Aber vom Salat schaffst du Bizeps. Man findet keine Freunde mit Salat. Man findet keine Freunde mit Salat. Das ist einfach cool, das Lied, Mann. Weil sowas von krass stimmt. Das hat mir heute jemand zugeschickt. Was? Weil heute Salat gegessen wird. Oh, iiih, wieso isst du auch Salat? Das ist ja grün und gesund und... Isst lieber Milch, ich bin ein Burger-Mädchen. Ich bestehe nur aus proteinhaltigem Fleisch. Und du bestehst auch aus Salat zum Teil? Aber nur ein bisschen. Die Galaxie verlässt sich auf dich. What the fuck? Die ganze Galaxie verlässt sich auf dich. Oh, 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 oh. Was ist das? Hä? Bevor du dich in die Schlacht stürzt, vergiss nicht, halte die Aktionstaste gedrückt für die Höchstgeschwindigkeit. Alles klar? Okay. Wie geil ist das denn? Oh, die Galaxie braucht ihre Helden. Äh, 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 meins. So weichst du Raketen und so aus. Agenten? Meinst du mit Aktionstaste X? Ja, hab ich mich auch grad gefragt. Aber die... Dadurch wäre das nicht schneller oder? Ich auch nicht. Doch, durch X wird man ein bisschen schneller. Ja, also ich... Es ist so wie im Wasser, so ein bisschen nach vorne schwimme, aber... Es ist auch nicht so extrem. Ja, irgendwie... Mich verwirrt das Level hier. Was... Was will er denn jetzt die ganze Zeit? Was ist er denn? Er will ich die ganze Zeit? Vorsicht. Wie die Aktionstaste... Ja, ich glaube, er ist... Drück die Aktionstaste hier, drück sie da. Ich glaube, er ist voll Aktionstastensüchtig. Voll der Süchtling. Wahrscheinlich meint er verschiedene Tasten damit, aber dann ist sie einfach... Hier, drück die Aktionstaste. Alles ist Auktion. Drück lieber die Aktionstaste. So. Vor allem die Musik hier. Under the Sea. Oh, das... Ist das aber? Nee. Ihr habt die Musik jetzt grad ein bisschen leise gestellt, deswegen hört ich sie fast gar nicht. Aber wie machen wir das auch? Wir wollten dir ein Geschenk geben. Ich weiß nicht. Man kann das so drehen und dann ging das Ding da. Irgendwie. Bist du mal dort? Sehr gut. Ja, man stirbt da auf jeden Fall. Aber... Am Moment glaube ich, wir müssen das hier hoch... ...puscheln, wie du sagen würdest. Oh schade, ich dachte, jetzt puschelst du es direkt da hinten rein. Ey, das wäre so lustig geworden. Nee, nee, nee. Was sind denn da? Bürgermädchen können nicht schwimmen. Ich kann nicht sinnvoll hier. Wir sind im Weltall. Wir sind echt unter Wasser. Nur mal so. Hä? Echt? Sind wir hier im Weltall? Oh! Das war irgendwie lustig. Uch! Ach so, gut gemacht, Tati. Ist das eingesammelt oder nicht? Nein. Gibt es das jetzt nochmal? Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Für immer? Ja, das war alles kaputt. Du bist auch kaputt. Für immer? Ist das jetzt für immer kaputt? Sind das Lenkraketen? Nee, das sind keine Lenkraketen. Nee, das sind keine Lenkraketen. Oh, ich warte. Ich komme lieber wieder zu dir. Weil wenn ich tot bin, dann ist das irgendwie blöd. Komm her, Katja, ich habe mich vermisst. Drückst du die X, hast du gedrückt? Ja. Wie machst du das? Okay, komm, lass mir das mal gut sein. Ja, lass mir das mal gut sein, ne? Komm, schieß mal hier drauf. Schieß mal. Oh, Vorsicht. Sie schießen von allen Seiten. Sie schießen von allen Seiten. Sie werden dich alle töten. Ich kann es nicht mal packen. Nein, vorgestimmt. Ich kann es hochschieben. Das ist aber irgendwie, irgendwie, irgendwie passt die Musik jetzt nicht ganz zu diesem Level hier irgendwie. Und du kannst das Ding nicht mal bewegen. Egal. Geh mal weiter. Du kannst es dann machen. Hier, das kann ich. Aber hast du das Ding bekommen, als das, ähm... Ich glaube, du hast es gerade eben eingesammelt, ja. Dann schiebe ich es runter. Ja, siehst du? Ah, jetzt. Sehr gut. Hasch, hasch, hasch. Aber das untere Ding bekomme ich halt nicht. Das Musik. Sehr geil. Wollen wir das nochmal versuchen? Willst du das versuchen oder gehen wir auf weiter? Können wir mal probieren. Okay. Ich hätte jetzt gehofft, dass du sagst, können wir probieren und dann bist du schon drin. So. Man kann es eben doch nicht packen, das ist das Problem. Ja, habe ich schon gut. Aber ich habe einen großen Kopf. Moment, Moment, ich lenke das so nach oben, damit du es vielleicht nach rechts schiebst. Komm her. Aufmerk, aufmerk. Merk, komm jetzt. Aber dann denk du das mal nach oben, komm. So, komm, geh. Das verfolgt uns ja gar nicht. Moment, dann geht... Doch, jetzt. Ah, jetzt, 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 sehr gut. Na, komm. Komm. Jetzt, jetzt. Ich weiß nicht, was es will. Sehr gut. Jawoll. So, Vorsicht, ich sterbe dich. Ja, 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 ja. Sehr schön. Meins. Kannst du auch. Ja, meins. Oh, und du hast dich sogar geopfert. Oh, wie sweet. Ja, genau. Voll süß ist er. Nur für dich. Nur für dich. So, ähm. Ach da. Ja, aber es bringt. Vielleicht müssen wir das wieder so anpusten. Bekommen wir den Enderhaken, kann das sein? Vielleicht müssen wir das ja wieder anpusten. Nee, kann es sein, dass wir den Enderhaken bekommen und uns dagegen schwingen müssen, um dann... Oder wir müssen uns anpusten, stimmt. Oder das. Den Enderhaken wäre auch gegangen. Aber das geht ja nicht hier, von hier aus pusten, ne? Moment, jetzt. Nein, das ist, glaube ich, Schwachsinn, oder? Nee, warte mal, vielleicht müssen wir das ja tatsächlich hier, warte mal, von hier aus. So, ja, wir können auch rausgehen. So, warte. Ja, ohne anpusten geht das. So eine Kombination aus den beiden, was wir hier gesagt haben. Ja, easy peasy, glaube ich. Wollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen? Ja, können wir gerne machen. Aber ich finde trotzdem die Musik völlig unpassend, du nicht? Ich höre sie fast gar nicht, weil ich es halt so leise gesehen habe. Ja, sie ist auch total leise. Aber dieses ganze halt... Hasch, 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 oh Mann, oh Mann, alles ist voll chillig. Hasch, hasch, hasch? Ja, die singen da irgendwas mit hasch, hasch, hasch. Also nicht? Was hast du heute gegessen? Äh, noch gar nichts. Ach so, ja, ihr Lieferdienststreik-Tippen. Was wäre ich da runtergefallen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wäre schrecklich gewesen. Ach, okay. Du stoppst da übrigens. Aber ich gehe lieber ins Feuer, das ist schrecklich. Ja, die habe ich nicht gesehen, diese, diese, diese Stacheldinger. Das ist kein Stachel, das ist Feuer. Ja, Feuerwalzen, ist ja egal. Irgendwas, irgendwas feuriges halt. Habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre voll safety, weißt du? Safety first und so. Ja. Warte mal, ich, 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 ich versetze Focke jetzt in die richtige Stimmung. Salat ist sehr safe, so. Voll entspannt. Voll entspannt. Nee, das ist eher einschläfern. Ja, das ist total. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Checkpoint, damit ich dich zurückhole? Nein, Checkpoints gibt es nicht mehr. Die verwirren mir das, das im Vordergrund da. Das ist Popcorn. Popcorn ist das, ja. Oh, das schwimmende Popcorn, ey. Hier geht es weiter, ja. Dann kannst du mich gleich holen. Na? Kommt da nicht hoch. Okay, ich muss erst mal. Aber wieso gibt es hier eine Checkpoint? Schwimmendes Popcorn, das weiß niemand, warum schwimmendes Popcorn. Moment, Moment, Moment. Den kannst du töten. Das mache ich kaputt, ja. Ah, oh Gott. Moment, Moment. Mach jetzt nichts Unüberlegtes, Focke. Du bist unter Druck, unter Druck. Jawohl, sehr schön. Sehr gut. Easy going. Okay, jetzt will ich aber nicht sterben, das ist das Ding. Moment, das muss ich glaube ich nach unten ziehen, kann das sein? Ja. Das muss ich nach unten ziehen. Aber wir sind hier nicht. Hasch, hör mal auf den Leuten. Hasch hin ins Ort. Die singt das, dafür kann ich ja wohl nichts. Die singt die ganze Zeit Hasch, Hasch, Hasch. Nee, warte mal, nimmst du mal zur anderen Seite. Nee, hier. Nee, aber auf der anderen Seite hältst du dir dann noch die Sachen holen. Ich hole nur ganz kurz dich, dann können wir zur anderen Seite gehen, wenn du magst. Okay. So. Juhu. Ich fühle mich so einsam ohne dich, weißt du. Oh, wie süß. Gut, dass du auch dran gedacht hast, dass du auch mal an was fängst. Was soll denn das heißen? Jetzt habe ich dir alles geklaut, sorry. Aber du hast es verdient, weil du bist gestorben. Wieso? Ich bin... Nee, gar nicht. Ich bin... Ich bin... Ich dachte mir nur, ich möchte hier für Chancen gleich. Wir kommen wieder in den Händelgrund, weißt du das? Ähm... Da brauchen wir nochmal so... Hast du denn 20 Kilo endlich mal abgenommen? Ja. Okay, sehr gut. Extra nur für dich, damit du nicht mehr meckern kannst. Dankeschön. Danke, sehr gut. Guck mal, wir müssen hier sogar Händel nicht schwimmen. Nein, ich möchte hier erst durch. Du machst es gut, Karten. Ach, das ist cool. Kennst du dieses Dr. Biber? So ähnlich sieht das hier jetzt auch aus. Weißt du, so ohne... Moment, der heiße Draht da... Ja, Dr. Biber hieß das damals. Warum schleuderst du das dadurch? Dr. Biber und heiße Draht... Ich dachte, wir müssen das nach oben schleudern, damit wir dann hier das so packen können und dann hier durchschleudern. Verstehst du? Ja, das könnte sogar Sinn ergeben. Alter Fokka, was ist los mit dir? Wir können... Ah, wie stimmt, wir haben das Blase-Pusto. Wie heißt der nochmal? Blase-Pusto? Den Pumpinator, meinst du? Pumpinator, genau. Pumpinator. Uuuuuh! Jetzt Dr. Biber. Skill, meine lieben Freunde. Skill. Aber bitte nicht gegen mich werfen. Burger, Braten. Ja, das ist egal, du bist fett genug, um das abzu... Ja, siehst du, wir haben doch gesagt, du bist fett genug. So, jetzt haben wir es auch. Ich finde das irgendwie knuffig, wie so ein Burger-Kopf hier herumschwimmt. Irgendwie finde ich das süß. Ich weiß auch nicht, wie so... Das finde ich auch süß, aber... Moment, unten wollen wir noch wohnen, oder? Was ist denn unten? Ja, da können wir das auch hinstellen. Hä, echt? Ja. Das habe ich nicht gesehen. Ja, das habe ich dafür gesehen. Wo denn? Spinnst. Ah, ich dachte gerade... Ah, ich dachte... Ah, das ist das unten, was ich meinte. Da können wir es hinstellen. Das meinte ich. Ja, das ist... Alles klar, okay. Spinn mal. Okay. Hast du mich jetzt vorgeschickt als Testperson? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube schon. Ich wollte, dass du das Zeug da holst. Ähm... Jetzt kannst du es holen. Der Druck liegt einzig und allein auf dir, Kali. Du schaffst das. Kriegst das hin. Tausche der Musik und du kriegst das hin. Sehr gut. Machst das fein. Danke. Jetzt kriegst du das Zeug. Aber ich will da oben eigentlich nicht mehr hin, oder? Ich will da... Da oben musst du hin, aber das jetzt, was du holst, ist das Secret. Ach so. Scheiße. Ich muss da oben auch noch hin. Ah, guck mal. Cool. Wir kommen es wieder. Hallo. Du spielst du witziger jetzt. Warte. Ja, wenn ich jetzt rausgebe, bist du dann tot und bin ich dann echt tot. Okay. Ist egal. Oh, springen. Oh Gott. Heilige. Bin ich jetzt gestorben? Ja, du bist gestorben. Und ich werde jetzt... Du wirst weggeschossen. Ja. Juhu. What the fuck? Oh Gott, ey Gott. Ich dachte gerade, du wärst ein kleiner Oompa-Lompa, ey, der mich angreifen will. Oompa-Lompa. Kennst du das Oompa-Lompa-Lied? Ja, klar. Komm, wir gehen zurück und holen das Zeug. Warte. Kennst du das Oompa-Lompa-Lied aus Family Guy? Nee. Okay, du bist doch cool. So, egal. Hast du mich gerade uncool genannt? Können wir das ziehen? Nee. Geh mal weg. Nee, geht nicht. Okay. Wir müssen irgendwas holen. Warte mal, lass mal erst hier oben gucken. Ah, hier, 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 Kati, Kati, Kati. Ja, warte, 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 warte. Siehst du? Jetzt kannst du rüber. Ja, warte, warte. Ganz entspannt hier. So. Oh ja, und ich bin wieder tot. Wo bin ich? Achso, okay, du stirbst. Alles klar. Ey, das ist doch ein Witz. Es geht da weiter, oder? Nee, das ist hier nur, um Specials zu holen, glaube ich. Ich hoffe doch. Nee, es geht nach oben weiter. Nee. Siehst du? Nein, geht's nicht. Oder? Doch. Doch. Verdammt, wir haben es verpasst. Ja, das ist aber jetzt... Nee, wie denn? Ich weiß nicht. Nee. Kannst du da rauf springen? Ja, aber das bringt mir nichts. Nee, 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 das schleudert. Ah, und da oben war noch was. Ich hab's ja gesagt, ha? Du geh zum... Stirb und dann gehen wir zum Checkpoint wieder zurück. Ja, aber müssen wir denn nicht das Level nochmal neu starten? War nicht zu viel. Geh, geh, stirb. Sehr schön. Ein Brutzel der Burger ist schön. Siehst du? So. Nächstes Mal bitte erst auf mich hören. Und dann andere Sachen tun. Hast du überhaupt irgendwas gesagt? Ich hab nur gehört, Burger sind lecker, Salat ist scheiße. Du hörst auch nur das, was du hören willst. Ja, wegen einem Ding sind wir zurückgekommen. Hä, aber das... Jetzt machst du das jetzt, Katja. Ich hab keinen Bock, noch mal zu sterben. Warum... Warte mal. Wirst du schon lieber, oder willst du noch was schauen? Nee, warte mal. Ich guck gerade, ob es hält. Ja, mach mal. Siehst du? Ja, ja, aber ich wusste nicht, dass es hält. Deswegen hab ich noch überhaupt getrieben. Ach so, na dann ist ja nett. Hui! Das Bürgermädchen ist schon wieder da. Jetzt machst du das mal. Ich will dir mal zuschauen. Komm, Kathi. Sehr gut. Guck mal, ich bekomme sogar eine Sprengkapsel. Das ist schön. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich bin tot. Mann, mach mir doch nicht so eine Angst, Mensch, Junge. Ja, auch wenn ich tot bin. Was ist, was ist, du hast bis jetzt, konntest du auch alleine gut zurechtkommen. Nein. Ich brauch meinen Fokar. Warte. Hallo. Danke. Ich brauch doch den Fokar. Ach, guck mal. Guck mal. Da bin ich hier. Du brauchst denn dein Fokar, wie gut? Du hast schon mal gespielt, Kathi. Komm, gibst du. Ich glaube, wenn wir müssen, ich muss bestimmt. Ja, genau. Ich muss bestimmt. Warte mal, ich guck mal eben, ob hier unten. Naja, okay, hier ist nichts mehr. So. Ich zieh mal. Ah. Nee, Moment, Moment. Ah, du musst mich jetzt loslassen und dann spring ich weg. Yay. Ah. So, wollen wir es wieder veraufteilen, oder? Ach, Quatsch. Okay, veraufteilen brauchen wir. Ich hab ja davor die ganzen Dinger bekommen. Oh, cool, wir haben Popcorn bekommen. Das finde ich irgendwie süß. Ja, ich liebe süßes Popcorn. Oh, voll lecker. Ich hasse, ich hab salziges Popcorn erst neulich probiert, als ich in Amerika war. Da gibt's ja nur salziges Popcorn. Da hab ich's wirklich probiert. Dir zuliebe, weißt du, weil ich mir dachte, okay, hey, der Fokar, der isst nur salziges Popcorn. Da werde ich mal gucken, ob ich das auch ertrage. Aber ich hab, das fand ich irgendwie, also, es schmeckt nicht schlecht, aber es befriedigt mich nicht so wie, äh, Tuch, oh Gott. Oh Gott, bin ich gut gesprungen. Nein, das ging ja alles automatisch. Nein, ich bin gerade zum Beispiel eben gar nicht auf der Ebene gelandet, wo du eben warst, also hier auf dem anderen Ding daneben. Doch. Nein. Also bei mir ist das so, hab ich da. Ne, bei mir nicht. Ja. Ähm, worum ging's? Ach ja, genau. Also, es schmeckt nicht mega scheiße, aber ich finde, man, äh, können wir mal hier noch gucken, irgendwie? Boah, dann nicht. Warum auch? Ja, okay, warte, kommst du da hin? Ja, ja, ja. Aber ich muss ein bisschen mit der... Nein. Nein, oder? Nein. Okay. Siehste? Oh. Ja, wir wissen... Wir haben das letztes Mal gar nicht bekommen, ne? Warte mal, können wir das auspusten? Ne, wahr? Ich glaube nicht. Wir können's ran saugen. Äh, äh, äh. Oh, Gott. Wieso haben wir nicht vorher dran gedacht? Oh, wir sind... Ah, manchmal sind wir auch doof. Ja. Ja, gut, egal. Aber wenn man, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dann heißt man... Au! Ja. Das ist mir nicht jetzt... Wieso hast du dich da festgehalten? Wir müssen das mal so. So, sehr schön. Oh, Mann, das ist gut, Mann. Das hat ja... Ah, liebe Freunde... Zurück zu Popcorn. Nein. Popcorn müssen... Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Nein! Okay. Äh, das Original ist salzig. Ihr Deutschen wollt nur alles süß haben. Das ist so. Ja, ist auch wirklich so. Aber es schmeckt nicht schlecht mit salzig, aber ich finde, süß schmeckt's einfach so viel besser irgendwie für mich. Also, ich esse auch nicht ausschließlich salziges Popcorn. Ich esse schon ausschließlich salziges Popcorn, weil wir hier kein süßes haben. Mhm. Aber wenn ich in Deutschland bin, esse ich auch ruhig mal süßes Popcorn. Das ist doch okay. Ja, aber ich verstehe auch zum Beispiel, warum jetzt die Amis immer diesen ganzen Scheiß da ranhauen, weißt du? Ähm, so dieses ganze... Ähm, Gedöns mit Karamell und sowas, was die da nicht alles immer reinhauen. Das verstehe ich jetzt inzwischen. Weil, wie gesagt, sie wollen es halt auch süß haben. Schick mal lieber. Wir saugen es mal an. Geht mir. Kannst du es wegpusten? Ja. Du kannst es wegpusten. So, aber meine Lieben, bevor wir jetzt uns hier weiter widmen... Und, sehr gut. ...ja, und Fokka hier weiter böse Sachen macht, werden wir jetzt für diesen Part hier wieder mal Schluss machen. Ihr könnt uns ja gerne schreiben, ob ihr lieber salziges oder süßes Popcorn mögt. Ich glaube, bei mir werden alle schreiben, fast oder fast alle werden, glaube ich, süß schreiben, oder? Ja, weil in Deutschland erstmal nur süßes Popcorn. Ja. Wir sind halt voll... Also, es gibt aber auch salziges, ne? Ich will es ja nur mal hier andeuten, ne? Ja, aber es ist relativ wenig. Ihr könnt es auch machen. Ne, wieso? Immer, wenn ich ins Kino gehe, habe ich die Auswahl zwischen Salz und Süß. In Berlin, aber sonst normalerweise, gibt es, glaube ich, auch nur Süßes. Also, ich hatte bisher immer, egal, wo ich war. Okay, wir sehen uns, ne? In der nächsten Folge, meine sweeten Boys und Girls. Nö? Äh, hallo, kannst du mal aufhören, mich zu tüten? Ähm, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Fokka. Schaltet unbedingt wieder rein. Schreibt uns, ob ihr süßes oder salziges Popcorn mögt. Tschüss! Nö. Nö? Tschüss! Tschüss! Tschüss!